Alter, schrei mir noch ein bisschen mehr ins Ohr. Was soll das denn, bitte? Ähm, nee, nee, nee. Oh mein Gott, ich sehe mal eine Zukunft. Hurra! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Horror-Game. Was heißt klein? Ich weiß nicht genau. Don't be afraid. Gucken wir mal in die Settings. Die Untertitel machen wir mal. Deutsch. Yay, Showframes per second. Nein. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich habe vorhin was mit Puppen gespielt und habe da Puppen gesehen. Und es war in meiner Steam-Bibliothek. Also, ja, ich bin jetzt eh schon geschockt. Ultra, bitte. Ähm. So, Ultra. Ist ja noch nicht warm genug hier drin. 27 Grad haben wir jetzt hier. Shadow. Gut. Shadow Projections. Stable Fit? Close Fit? Ich weiß es nicht. Das mal pauschal einfach mal höher, weil sonst sehen wir nix. Mit Sicherheit. Apply. So, ich habe ja gelernt. Okay. Ich habe es wirklich noch ausweg. Wirklich noch nicht gespielt. Ich war mir nicht sicher, aber da stand ich jetzt noch eine Minute. Also, habe ich es vor einmal nur angemacht. Dann, neues Spiel. Hi, David. I'm a friend of your father. You can call me Mr. Franklin. Okay? Okay. Now, I know you may feel a little strange. But, it's only because I gave you a particularly strong medicine. Ah ja, dann ist ja okay. Don't you worry about it. We're just going to play a little game I prepared for you. Mein Spiel. The kids would really like to see you, you know. You know? Oh, dear. I have to check on one more thing. So I can focus only on you, during our little fun. Now, what's that done? Now, sleep. And remember, don't be afraid. Er hat was anderes gesagt, als das, was da stand. Zum Schluss hat er gesagt und denkt dran. Hab keine Angst. Okay. Oh Gott. Kann ich bitte, bitte, bitte? Guck mal, hier ist ja noch was. Äh, 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 äh. Hier, guck mal. Machen wir erst mal. Hier, hier, wesentlich besser. Gehe ich so klein. Ich kann nicht springen. Oh, I'd never leave you alone. Say hello to your new friend. She'll keep you company. Hallo? Ich kann nicht springen. Ich kann, ich kann rennen. Oh. Linkermausbutton interagieren. Left shift run. Jot. Der Patient hat aufgehört, einen Ton von sich zu geben. Nach dem Aufschneiden seines Gesichts musste ich die Augenhöhlen komplett wegschneiden, um die Mundhöhle zu öffnen und neue Zähne anzunähen. Oh, sind wir hier gelandet? Wender, Anmerkung, Schlüssel. Ausweg. Okay, wir haben eine Kerze. Das ist ja schon was. V, A, S, D. Ja. Nee, hier nicht. Okay. Brennt meine Kerze ab, oder? Warum kann ich neue nehmen? Okay. Kann ich erst recht nehmen? Linke Mausbutton. Verschlossen. Okay. Was muss ich denn machen? Ich kann mich nicht, nicht crouchen. Noch was drin? Nee. Verschlossen. Hmm. Oh. Oh, okay. Tschüss. Oh, okay, die Kerze geht tatsächlich aus. Okay, einen Moment. Das nochmal ausprobieren. Kann ich hier am Rand lang gehen? Mist. Aber es ist zu dunkel, furchterregend. Okay. Okay. Spielen wir jetzt schon das Spiel? Oder ist er noch beschäftigt? David Alain's the house heißt das Achievement. Zettel? Was steht denn da? Ich bin so klein. Warum bin ich so klein? Was ist das? Oh. Abgeschlossen. Okay. Okay. Sind wir in einem ehemaligen Krankenhausversuchsding irgendwas? Ich will größer sein. Good. Good. But you have to find the key. Aha. Okay. Puppen. Sehr schön. Nix. Nach einer erfolgreichen Öffnung der Mundhülle und dem Annähen der neuen Zähne begann der Patient zu ersticken. Tja, das ist auch fein. Seine Stimmbänder haben weiterhin funktioniert. Ich höre bei der Arbeit oftmals seine Schreie. Das sind keine Geräusche, die ein Mensch von sich geben sollte. Okay. Ich glaube, hier läuft irgendwas falsch. Eine Schaufensterpuppe, ja. Eine Schaufensterpuppe. Was ist das da? Alter, was soll das denn bitte? Ich glaube, ich muss tatsächlich die Kerzen erneuern. Es plätschert hier. Da plätschert es. Was war denn das? Zwei. Zwei. Oder Punkt. Okay. Oh, tschüssi. Yes. Yes. Sehr gut. Dankeschön. Ich sag's hier, Saur für Arme. Zwei. Roter Punkt. Zwei. Rot. So siehst du aber nicht viel hier. Können wir den Besen mitnehmen? Was ist da durch? Es ist so dunkel. Wo ist da regend? Okay. Ja, ist ja gut. Ach so, Schlüssel. Wo war das? Hier. Ja. 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 Ich habe nichts, um das zu tragen. Wieso solltest du das denn tragen? Ich glaube, ich sollte das aufschreiben. Ich habe jetzt bestimmt das Wasser da abgestellt. Klopapier können wir nicht mitnehmen. Hier ist bestimmt wichtig. Ja. 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 Okay. Hat der nur hier das Wasser abgestellt oder auch hinten in der Raum? Ich geh nur einmal schnell gucken. Ich habe nichts, um das zu tragen. Ja. Gut. Wenn wir irgendwann was haben zum Tragen, dann kommen wir wieder. Wenn es das gegeben hätte, hätte er uns doch was gesagt, oder? Hier steht immer noch gleich, ne? Oh, die Kamera hat sich geändert. Hier durchgucken. Okay. Okay, gucken. In die Dunkelheit. Gehe ruhig durch die Dunkelheit. Habe ich gerade bekommen. Ja, okay. Es braucht drei Menschen. Ja, der hat Adwo vor mir gespielt und hat es nicht geschafft. Ein Hebel. Was ist hier los? Oh, warte mal. Wo war das? Hier. Die müssen alle jubeln. Ich weiß, was sich geändert hat. Hier, das habe ich gemacht. Gut gemacht, ne? Zwei. So. Wieso tust du, weil du so ein Windsymbol hast oder warum tust du das? Abgeschlossen. Zwei, 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 zwei. Zwei war rot. Ist jetzt hier wieder zu dunkel für dich, ne? Ja, du kannst pusten, wie du willst. Ich habe gerade keine Kerze. Ausgetrickst. Jetzt muss ich mir auch noch angucken, was die auf ihrem Körper gemalt haben. Okay. Kriege ich dich denn dazu, den Hebel zu ziehen? Ich glaube, die finden den Jungen gut. Oh, wie der Schlüssel. Ja, grün. Stift. Ja, grün. Die Anleitung bestimmt zu den Hebeln, ne? Ein Rucksack. Nicht so schnell. Erst musst du sieben. Ach so. Ich muss jetzt wieder zur Mutti-Dame anfangen zurück. Ja. Die verfolgt mich doch bestimmt. Das ist doch neu. Ich will die nicht befreien. Die hat eine Marete. Weiß das Marete? Die hat ein großes Messer. Ich trinke erst mal noch einen Schluck Kaffee, weil ich kann rennen und ich wette, ich muss dann rennen. Hm. Okay. Bist du mir dankbar? You are making me so proud. Und jetzt? Dann gehe ich auch einfach mal. Hm. Bestimmt eine gute Idee gewesen. Wo war denn das jetzt? Was bedeutet das? Der sieht doch anders aus. Stand ja nicht für noch und noch andere. Wer flüstert hier? Ach, guck mal, du Penner. Jetzt stehst du andersrum, ja? Alter, schrei mir noch ein bisschen mehr ins Ohr. Hier Grün habe ich aufgeschrieben. Ach, guck mal. Hier will ich ziehen. Den kann ich nur nicht ziehen. Ich glaube, ich glaube, das ist nicht gut. Ich schneide mich. Stand das davon auch schon? Ich will nicht hier auch durchfackeln. Ein Seil. Ein Seil. Ich muss mal in den Namen eilen. Nein, okay. Hallo. Ich schneide dich, ich gehe nicht gucken, wer da geschrieben hat. Ich schneide dich, ich schneide dich. Jetzt. Okay. Den Fisch zu dem, der da wahrscheinlich das Ding hat, wo ich gesagt habe, der sieht komisch aus. Brief von Ella an Franklin. Franklin ist der Kerl, der mit uns spricht, oder? Franklin, wir warten weiterhin auf deine Antwort. Mutter ist krank geworden. Ist das wirklich Mutter? Mutter, ich habe vorhin einfach nur Mutter gesagt, ihr Zustand hat sich verschlechtert. Wenn du willst, kannst du auch anrufen. Ich habe dir mal meine Nummer gegeben. Wenn wir dir noch etwas bedeuten, dann melde dich. Mutter und ich lieben dich. Deine Ella. Okay. Den Fisch habe ich eingesammelt, ne? Jetzt habe ich meinen Ohr rumgemacht. So, dabei. Wer hat den denn getragen? Ach, hier, ne? Tape, Tagebuch. Tape, Spielen, Männchen. Space, überspringen. Tagebuch, Spielen, überspringen. Äh, nicht du? Wer denn? Ich dachte, du. Ich dachte, du. Passen. David, wir machen ein bisschen, ob wir? Ich muss etwas sagen. Ich muss etwas confessieren. Du bist nicht der erste Kind, zu spielen in meinem Spiel. Das ist das, was ich möchte, wie viel Spaß ich mit den anderen Kindern hatte. Wir gehen zurück zu unserem Spaß, nur wenn du das Tape hörst. Jetzt, stand still und hörst du das Tape. Only then, we'll go back to our fun. Aber ich kann nicht stillstehen. Ja? Rekorder? Dreh. Find ich denn das? Hier. Oh, 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 oh! What do we have here? Aren't you a little too old for me? Fuck you! Hmm, I wonder if you'd be so lippy when I remove your tongue. Theodore, just take him. I don't have the strength to destroy such a beautiful face. Just kidding. You're in a line just behind Jamie. Ach so, vorher hätte sie mich nicht durchgelassen. Okay. Ich glaube, er ist ein bisschen verrückt. Ein bisschen sehr. Ja. Es ist schön, dass ich nicht ganz so im Weg bin mit meinem Männchen hier unten, weil hier ist ja eh eine Kerze. Hier, ich habe ein bisschen jetzt den Überblick gehauen. Ach so, hier war ich. Ähm. Ähm. Okay, nein. Nein, nein. Nee, 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 nee. Irgendwas war ja doch noch zu tun, ne? Ich meine ich. Ich gucke noch mal eben, was er hier wollte. Hier Pisch zu Mensch ohne Kopf. Ist doch die Frage welchen. Ist doch die Frage welchen. Ich kann die heben. Der Rucksack. Das geht nicht. So, je nachdem wie lange ich für das Spiel brauche, wisst ihr ja. So um die halbe Stunde mache ich dann meinen Cut, je nachdem. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Ich muss tatsächlich zurück. Okay, das heißt ich muss zum Mutti. Hi. Ja, hier ist ja nichts, ne? Und da vorne ist diese Tür, die sich bewegt. Hi. Kann ich dir bitte das Messer abnehmen? Bist du eigentlich in einem Jutebeutel? Sieht so ein bisschen so aus, ne? Hier, guck mal, du bist ohne Kopf. Ah. You'll get closer and closer. Und was hat mir das jetzt gebracht? Achso, jetzt kann ich das hier auch mitnehmen. Dich jetzt rechnen. Okay. So. Eins. Grün. Zwei. Rot. Ja. Grün. Und drei. Und drei. Rot. Das hätte ich uns so raten können, ne? Du bist eine gruselige Puppa. Nix. Du bist auch gruselig. Drei. Drei. Gleich. Warte. Mit J. Ja. Machen wir gleich. Ihr seid alle verdammt gruselig. So macht man solche gruseligen Puppen eigentlich. Wer bist denn du? Fancy. Guitar Boy. Okay, tape. Really does, ja. Shit. I hope this piece of junk works. Hey, Danny. The psycho guy? Franklin trapped me here. He gives me food and makes me a place to sleep, but it's pure madness. Recently, I heard a crime. It's probably another kid. You... If you listen to this, great job. You found the clues I left for you. From now on, I'll guide you. Franklin's watching every move we make. That's why I've hidden the tapes in places that the cameras don't reach. Every night, I wait till the steps get silent and sneak out through the vents. I have to find a way out, but this house is a freaking maze. It's so fucked up. Wish me luck. Okay. Okay. Ich will uns helfen. Ich will da, wo die Kameras das nicht aufnehmen. So, hier sind keine Kameras tatsächlich, ne? Okay. 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 War nur das hier. Ich habe mich mitgenommen. doch warte mal hier stimmt ich kann mir durch psychomaske kann ich mir gucken wenn da anmerkungen schlüssel ist das gleiche wie j doch nicht so eine maske hatte franklin könnte nützlich sein kinderzeichen mit monstern die zeichnung stellt ein monster mit einem messer in der hand und ein mann da ja wer das nur sein kann es ist wirklich so für arme hier bewegt sich doch jetzt kann ich hier irgendwem diese maske aufsetzen mutti ich habe dich befreit du solltest nett zu mir sein bist du näher gekommen ich weiß es nicht ich gehe einfach muss nicht den muss ich doch bestimmt erhalten da auch aufsetzen so quatscht ihr hier ihr redet hier warum ich jetzt den zweiten hebel machen ach das er gewesen dann der dann weg war kein lob franklin hier wo ist sein gesicht denn er hatte doch ein gesicht oder okay muss das nicht hier hier ist ein messer nimm doch das messer ein messerblock marionetten helfen mir dabei mich zu erholen wieso das sind menschen die nicht sprechen ja gut das kann ich mir verstehen dafür aber interessante geschichten erzählen wenn man sie entsprechend aufstellt du weißt doch dass ich nicht gut mit sozialen kontakten um die oh mein gott ich sehe meine zukunft deswegen bitte ich dich hau ab und erlaube mir mich normal zu fühlen wer sagt das kontizblatt von franklin anbieten hat er was anderes gemacht jetzt ich habe einen keller schlüssel wo muss ich mit den keller schlüsseln wieso bin ich so klein du bist neu du warst woanders ihr wart auch woanders ich habe das regal vorhin schon hier ich habe dir das buch gekauft so wie du es dir gewünscht hast lass ich es im leerer zimmer im leerer zimmer können wir uns treffen ich muss mit dir reden viele grüße theodor kunst tut seltsam aber womöglich kann ich es gebrauchen ja womöglich aber für sagst du nochmals warum hast du einen ball in der hand da ist ja nix aber hier muss sein auch ihr habt euch gefunden das ist ja süß was willst du haben du willst deinen ball wieder haben ne wo ist dein ball ich habe keinen ball wenn ich hier dann würde ich doch irgendwo hier ein geworbener quote den äh äh la 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 Kann ich den jetzt eigentlich mal haben? Nein. Du, ich habe Kunstblut. Du hast eine Psychomaske auf. Habe ich dir die aufgesetzt? Du pustest schon wieder. Nee, das will ich aber nicht. Bin ich hier weit genug weg von dir? Ach, ich lebe nicht. Was ist denn hier? Steht hier. Was will denn mich? Doch. Oh, die hat die umgehauen. Okay, deswegen ist es interesting. Was muss ich denn tun? Ich habe schon wieder Überblick verloren. Hier wird es so Kunstblut, nein? Sollten wir endlich mal merken, hier ist nichts. Heißt ja nicht, dass es nicht noch passiert. Wenn hier keine Kamera ist, warum machen wir das nicht einfach auf? Das ist noch nicht mal abgeschlossen. Wo ist der Pansy-Gitarrenjunge? Ja, das ist doch keiner hier worden. Und will ich das überhaupt wissen? Mutti? Ah, Kellerschüssel. Ja, macht Sinn. Ja, Mutti. Reiziger Student schließe das Tutorial ab. Das war erst das Tutorial. Das war erst das Tutorial. Das war erst. Ja, das war erst. Das war erst. Das war erst. Das war erst. Vielen Dank.